ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk I'm the third, I run away I run away I'm the third, I run away I run away And I say, it's okay You know why I'm going to say, it's okay, it's okay So get ready, because I don't understand your brain Okay, I don't understand your brain Because I don't understand your brain Love, 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 love Love, 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 love Yeah, let there be love Let there be peaceful Love, love, love Let there be freedom Love, love, love People may scream for peace and love Let there be love Love, love, love Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs Love, love, love Songs of freedom Love, love, love Redemption songs Love, love, love Love, love, love War sehr, sehr cool Geile Stimme Unerwartet cool Kanntet ihr Marvin Brooks vorher schon? Ne, also ich kannte ihn nicht Du kanntest ihn auch nicht Ich habe meine Freundin heute eingeladen Und es war ein perfektes Konzert Es war eine geile Stimme Ein unglaublich geiler Newcomer Und man kann ihn nur empfehlen Auf jeden Fall anhören Es war sehr intim Und es war aber einfach angenehm Es war eine angenehme Stimmung Die Leute waren aufmerksam Haben zugehört Genau das, wie man sich einen Auftritt wünscht Um ehrlich zu sein Und wo können wir dich das nächste Mal sehen? Ich gehe jetzt Die nächsten Tage bin ich mit Mark E. Bassi Das ist ein amerikanischer Künstler Sind wir auf Tour zusammen Also ich mache Ich eröffne seine Show quasi In Köln und Berlin Und danach Ist ja schon fast Weihnachten Sortieren wir uns ein bisschen Ich nehme die ganze Zeit im Studio parallel auf Und nächstes Jahr geht es dann halt Voller Tatendrang weiter so